Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Apex Legends News Video von mir und heute werde ich euch die neuen Leaks zu einer neuen Firing Range Arena vorstellen, die zu Season 9 zu uns stoßen soll. Nämlich hat der Spieler Autism Gaming mit einer Freecam Hack eine Stelle gefunden, wo eine Arena steht. Diese Arena ist bisher nirgends bekannt gegeben worden. In dieser Arena sehen wir einige Rohe, wo höchstwahrscheinlich Gegner spawnen werden. Diese gleiche Arena hatten wir auch auf der World's Edge Map. Dann haben wir einen langen Aufzug mit einer Schaltfläche, die wir bedienen können. Am Ende sehen wir dann aber auch noch eine Plattform, wo wir wahrscheinlich spawnen werden, wenn wir diese Arena betreten. Wir werden weitere Infos noch innerhalb der nächsten Woche bekommen, was es mit dieser Arena auf sich hat. Das war es aber mit diesem kleinen Video. Ich hoffe euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Abo freuen und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.